Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Nach der Arne-Magic bin ich jetzt hier auf Catch Backfischfest ohne Backfisch. Wie komisch ist es auch so, diesmal gibt es kein Backfisch auf dem Backfischfest in Catch. Dann haben wir einen Breaker von Spanberger mit Parzellriesenbaby als Veko. Dann machen wir weiter. Dann haben wir hier den Simon und den Pascal. Ja, schon blöd, wenn man die Kamera wieder in die eine Richtung macht. Da kann man nicht so ein Radio sagen. Wie ihr sehen könnt, machte man sehr schön große Stimmung hier an den ganzen Laden. So, da sind wir einmal jetzt auf die Tio, so wie es gehört. Catch ist ein kleines Dörfchen. Hier gehen die feuernden Leute einmal im Jahr. Ist auch gut so, ist eine kleine Kirmes mit nicht allzu viel Verschickung. Aber es reicht für hier. So wie hier, der Autoscooter von Schmidt. Dann haben wir noch den Pepper Hills Time Tumbler. Der hat sich halt kennt. Von Mannheim. Wie die alle gucken, wie Auto. Wie Kamera. Zett nicht allzu groß Platz. Und mehr habe ich auch spät. Pascal und Simon sind seit 5 Uhr hier. Also ich sitze nur. Ich seit 21 Uhr. Reicht auch. Ja, reicht. Ist ja nicht allzu weit weg von Mannheim. Dann haben wir hier. Freude Parkett sind es noch zu weit davon. Linden, der Bergmann. Von Guido Bergmann. Dann haben wir gleich auch nebendran. Danzisco Ziergus von Ihnen. Ich bin eindeutig viel zu spät. Wo der Action fast vorbei ist. Wir sind auch am Freakdance. Da geht noch gerade. Es ist halt direkt am Zelt. Naja. Es ist halt normal. Anhammer hier. Der Derby. Auf dem Weitwinkel sieht es immer so weit. Voll weit entfernt aus. Also hier. Jetzt sieht man Derby. Pferderrennen. Dann haben wir da hinten noch einen kleinen Babyflug. Babyjet. Was man dann auch mal noch sieht hier. Dann haben wir hier. Coin. Duzer. Sagen wir mal so. Nennt man die. Oder wie wir in Mannheim kennen. Unter Pushit. Aber ist nicht von ihm. Von Galle. Sagen wir mal so. Ehrlich? Nennt man nicht. Wo ist mein Geld hin? Also. Wieso gucken. Dann haben wir hier einen kleinen Kettenflieger. Nahen Kettenflieger. Kommt natürlich hier. In Krusik. Sein neues Fahrgeschäft seit Karlsruhe. Und genau gegenüber auch sein. Skychamper. Skychamper. Nehmen wir mal weg. Ja. Haben wir schon fast die ganze Runde gelaufen. Angehoben. Dann haben wir hier Slush. Echtes Eis. Krebs hat natürlich auch nicht fehlen. Ja. Krebsstand. Kann man auch noch hier stehen. Dann haben wir auch hier Entenangeln. Dann haben wir das kleine Sonnenrad vom Schulz. Und noch Flugsimilator von Schulz. Dann haben wir hier noch Früchtestand. Da könnt ihr nochmal Flugsimilator vom Schulz sehen. Früher Ceausescu und seit dieses Jahr. Und dann Schulz. Oh, da haben wir jetzt noch Dönerstaden. Haben wir was Neues. Und dann haben wir noch Brüggel. Süße Badassar. Dann sind wir hier vorne vom Casino. Lever Dosenwerfen. Gaudi Treff. Vom Uwe Müller. Und Melanie Müller. Und dann haben wir gleich schon hier. Wieder einen Breaker. Also wie ihr seht. Zwischen zu groß. Klein. Reicht auch für die Leute. So. Dann können wir mal gute Breaker fahren. Und Disco Zirkus. Dann melden wir uns wieder. Und da sind nicht so ganz sicher. Und wir sind hier die Breaker und Anstattel. Dafür sind die Breaker. Und hier sind die Breaker und sogenannte Breaker. Und hier ist die Breaker. Und hier sind auch die Breaker. Und hier sind die Breaker. Seid ihr gut drauf? Boxen, Boxen, Boxen! Los! 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 Brick! Hallo! Brick mit Danz! Brick! Na, kommt noch einer, ich gebe noch einen Auszieher, einer wie das Auszieher. Ja, das Finale auch für uns. Wir gehen jetzt nach Hause, wo die beiden Karolien noch nach Hause fahren. Ketsch hat auch ein Feuerwerk. Weißt aber nicht, wann das ist. Nächste Woche Sonntag, glaube ich. Oder morgen. Irgendwie eins von beiden. Auf jeden Fall gibt es auch hier ein Feuerwerk. Ähm, ja. Mal schauen, ob ich das auch schaffe. Hier zu filmen das Feuerwerk. Wenn ich dann halt nicht. Aber das war es jetzt. Auch einmal ein Licht. Und wir gehen jetzt nach Hause. Und wünschen euch noch einen schönen Abend. Oder einen schönen guten Tag. Je nachdem, wann ihr das anschaut. Dürft ruhig auch abonnieren. Ja. Auch auf Super Sanks. Oder Sanks. Spenden. Heute Dinger auch. He 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 he. Heute wieder ein Code-Wort. Wenn er wieder bis zum Ende geguckt hat. Ja, das ist jetzt nicht ein langer Vlog. Da kannst du... Nächster Platz müssen wir auch noch nicht. Ne. Ne. Bad Kreuznach fällt für mich aus. Finanziell mäßig. Und... Ja, da ist Backfischfest dann das nächste. Weil es genau unter der Woche... Nur ein Wochenende hat. Ein Wochenende. Kirmes hasse ich mir die Sau. Da musst du einplanen. Und dann fällt was anderes rein. Zeitlich. Haut nicht so hin. Nächster Platz wahrscheinlich nicht. Backfischfest Worms, oder? Backfischfest Worms und Wildenberg Michaelis Messer. Die auf jeden Fall. Ja, gut. Worms muss ich gucken, wie ich das mache. Weil das genau selben Zeitraum ist wie Wildenberg. Aber Worms insgesamt? Es gibt dieses Jahr eine Thronschau. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das schaffe. Zeitlich. Gut. Ja. Scheint viel los. Feuerwehrfahrt unterwegs. Ja. Oder Krankenware. Eins von beiden. Aber jetzt sieht man uns nicht mehr hart. Dann laufe ich den mal rückwärts. Und sieht man jetzt nicht. Also. Egal. Also. Wir müssen in diese Richtung. Diese Richtung. Wir sagen jetzt mal ciao, ciao. Hallo. Keine Motivation. Sag mal ciao. Ciao, ciao. Geht doch. Ich hab grad mal im Auto geguckt. Dann. Bis demnächst. Ciao. 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 Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.